Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Nachdem wir letztes Mal Omega zurückgeobert haben, können wir uns jetzt wieder der Hauptstory etwas widmen. Nein, das machen wir später. Ich habe nämlich ungefähr geplant, wann wir was machen werden. Was ist das hier? Das machen wir auch irgendwann. Obwohl, warte, ist das das Einzige? Ja, das ist gerade das Einzige, was offen ist. Okay, dann machen wir das zuerst. Und danach gehen wir zu den Farianern. Irgendwann müssen wir es eh machen. Wahrscheinlich. 751. Ich bin voll, was soll ich damit? So, ich scanne jetzt, wie gesagt, nicht überall. So, hier interessiert das die Reaper irgendwie nicht, wenn ich scanne. Aber hier gibt es auch leider noch nichts zu finden. Okay, da es um Azari geht, würde ich sagen, Nira ist schon mal eine gute Wahl. Und, na, ich überlege, ob wir Kai dann einfach mal mitnehmen sollen. Das Problem ist, dass ich Kai dann und Ashley beide nicht besonders mag. Und sie leider auch beide das gleiche Problem haben, dass sie so lange einfach nichts gemacht haben. Also nichts Sinnvolles zumindest. Ich nehme Gareth. Mit dem machst du nie was falsch. Ich muss auf jeden Fall das Faced mal upgraden. Kann ja nicht sein, dass Gareth mit so einer Rotz-1er-Waffe rumläuft. Schockwelle. Ja, komm. Sollen wir jetzt nicht Radius nehmen? Ist alles gut. Ich weiß nicht, was der englische Text sagt, aber das hier ist komplett falsch. Kann natürlich auch sein, dass der englische Text auch falsch ist. Panzerbrechende Munition. Ich brauche keinen Gruppenbonus dafür. Ich glaube, Munition ist bei Squad-Nirgern egal. Schaden durchdringen, durchdringen. Error. Erhöht das Aufladetempo von Lera-Singularität um 100%. Das ist ein bisschen komisch formuliert, weil so... Das sind 6 Sekunden. Also wenn es wirklich 100% wären, dann könnten die das spammen. Aber es ist wahrscheinlich in der Realität einfach nur 50%. Deshalb... Aufladetempo aller abiotischen Kräften. Bist du wenigstens noch für mich nützlich. Warp. Freilegen, bitte. Und Warp-Munition. Komm, kriegst du auch. Warp. 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 Morinth chose to be a killer These Ardat Yakshi Isolated themselves to avoid that But it doesn't mean They're harmless Their urge to feed can be powerful That's why High Command sent in commandos To investigate the monastery's distress signal So what does the Sari High Command Want us to do? If there was a chance the Ardat Yakshi could break loose The commandos were to purge the monastery Purge? You mean destroy They would have brought heavy explosives with them Yes Is this really necessary? Morinth was dangerous But are the Ardat Yakshi this big of a threat? Morinth was just hitting her stride Ardat Yakshi who kill Leave behind astronomical body counts It's why they can never be free And why they're such a great source of shame to the Sari That's why High Command won't rest Until this place is destroyed They'd never risk a single Ardat Yakshi getting loose Don't assume anything Maybe the Ardat Yakshi sent out the distress call If the Sari want us to destroy this place I need to know what happened Agreed Once we give a report to High Command They'll stop wasting lives here Okay Brand Munition Elevator disabled To prevent entry or escape I wonder Gute Frage Ja, also hast du's auch gehört? Was schreit da? Also ich kann euch beruhigen Uns springt hier gleich nichts an oder so Ist Schülerin nicht gestattet Einander in ihren Quartieren zu besuchen Oder sich unberaufsichtig Irgendwann zu treffen Schülerinnen? Auch hier frage ich nicht Wie das im Original Was da stand Beim ersten Verstoß beträgt die Strafe Bei einem Monat Freiheitsentzug Das ist Heftig Boah, diese Taschenlampe ist auch komplett für Also es ist keine echte Es ist keine Taschenlampe Ich weiß sogar nicht, wie das heißt, wenn die auf einem Gewehr drauf ist Aber die ist echt nutzlos Schüßt das an, man sieht nix Gottverdammt, Gareth Ich müsste auch mal wieder zum Shadowbroker ins Büro Um mir die Informationen anzugucken, die ich gesammelt habe Da gibt's ja ein paar schöne Upgrades Moment, von da kam ich Reapers Navpoint location of a bomb It's in some place called the Great Hall At least it's no surprise Nookon to Chanka But the commandos want this place gone pretty badly Hmm Die Asari sind mächtige Biotika Und die Adagiakshi sind es auch Selbst für Asari Verhältnisse Das gefällt mir gerade alles nicht Aber es war ein bisschen Licht Ich dachte, da wären vielleicht Sachen drauf Ich bin auf Ich bin auf Ich bin auf Also das, was Samara gerade gesagt hat und die Untertitel passten überhaupt nicht zueinander. Sind ihre Kinder eine Bedrohung? Vielleicht können deine Tochter uns erzählen, warum die Reapers in diesem Ort geflogen haben. Ich glaube, dass sie uns viel zu sagen haben. Es hat seit ich sie letztens gesehen habe. Wir sind aus dem Zeitpunkt. Wir treffen uns wieder. Ich werde diese Kreaturen ausbrechen. Was für... Kannst du uns vielleicht ein paar Details zu diesen Kreaturen geben, bevor du gehst? Was mich überrascht, wenn man denkt, wer hier war. Ja, Saris sind in der Beziehung ja irgendwie ziemlich paranoid. Was ich ihnen eigentlich nicht verlenken kann, aber... Alles klar. Was haben wir? Du... Du... Und ich erledige den Rest. Du... 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 Und ich bin... Das ist ein Person. Und ein Asari. Was haben die Reapers gemacht? Mama. Du kam. Als ich konnte. Shepard, das ist Folare. Meine Junge. Sie und ihre Frau, Rila, sind Ardat-Yakshi. Sie haben... Sie haben Rila. Was? Ich habe ein paar von diesen Kulturen bringen sie in der Great Hall. Ich habe versucht, dort zu kommen. Was sind die Reapers hier? Sie haben uns. Sie haben uns... in diese... ...Monstern. Bitte. Du kannst das nicht mit Rila passieren. Das wird es auch nicht. Wir müssen Rila schnell finden. Die Bombe, die wir suchen, ist in der Great Hall. Eine Bombe? Aber hast du nicht, um die Menschen zu retten? Wir versuchen es. Aber wir können nicht dieses Ort stehen, Folare. Du klingt wie die Kommandos. Sie haben nicht stoppt, jemanden zu helfen. Folare? Entschuldigung. Folare! The Great Hall. Sie suchen Rila. Was hat dich da gemacht? Bitte, swift. Wieso müssen wir uns gerade wieder trennen? Und wieso hat diese Mission einen Hang dazu, alles dreimal zu wiederholen? Ach übrigens, Shepard, wusstest du, dass die beiden Adagiakshi sind? Was hat dich nicht so zugänglich ist? Ich habe mich gescheitert, was hat sie gesagt, wirst du nicht aufhörst? Wir nehmen uns aufhörst. Das sind die Aha. Auch nett. Wow. Bleib weg. Bleib weg. Gibt's hier auch irgendwas oder ist dieser Raum komplett sinnlos? Ah, hier gibt's tatsächlich was. Nichts Gutes, aber etwas. Das ist unsere Bombe. Und Valer. Rila. Rila, wake up. Rila? Rila, kann man hören? Rila. 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 Rila, es gab nicht noch Zeit, um zu sagen zu lieben. Nichts können die Reapers' holden. Rila's will war unglaublich, wie sie für Sie war. Wir haben sie verletzt, um zu sterben. Rila hat ihre Wahl gemacht. Und es hat mich gegründet, was wirklich wichtig ist. Warum habe ich gesagt, dass ich meine Leben verletzt habe. Was ist das? Valaer, der Code fragt, dass ein Ardott-Yakshi nicht mehr leben kann, außer einem Monastery, der nicht mehr existiert ist. Was machst du? Ich bin entschuldig, Shepard. Bei der Justicar's Code, gibt es nur eine Art Weg, um Verlager zu retten. Mutter, nein! Meine Däuchten, Sie waren alle... Die Däuchten, Sie waren alle... Was machst du? Was are you doing?